Dann, wir gehen zum nächsten Segment, unser drittes Segment, Preis und Mitbewerb. Also wir gehen genau in diese Thematik jetzt rein. Der Preis ist natürlich immer eine sehr, sehr wichtige Sache. Also man möchte nicht zu günstig sein, aber irgendwie auch nicht zu teuer. Was sollen wir bei der Preisfestsetzung beachten und wie schafft man es, einen guten, bestmöglichen Preis auch festzulegen für die Zielgruppe, die man sich ausgesucht hat? Ja, im Endeffekt, wenn man sich den Preis und die Kosten anschaut, die stehen im Endeffekt dann im direkten Zusammenhang mit dem Gewinn, den man schlussendlich dann erzielt. Wenn man mal einen Preis festgesetzt hat, dann tut man sich schwer, den wieder zu korrigieren. Anders gesehen ist es halt in der Frühphase oft schwierig, gewisse Kosten einzuschätzen, die dann bei der Produktentwicklung anfallen. Und da ist es einfach wichtig auch zu schauen, dass man einerseits wirklich alle Kosten berücksichtigt, zu schauen, ob man irgendwelche Zusatzkosten die dann anfallen, was sehr oft übersehen wird. Aber da kommen dann im nächsten Schritt noch dazu, ob ich gewisse Vertriebsstufen habe, wo im Endeffekt dann was von der Marsch abfällt. Und im Endeffekt muss unterm Strich dann was bleiben. Und wir sagen immer so, man sollte wirklich relativ rasch oder bald beginnen, sich die Kosten einmal aufzuschreiben, sich einmal die Kalkulation anzusehen und wirklich vielleicht einmal einen fiktiven Preis sich anzuschauen. Das ist sogar ein sehr dynamisches Verhalten, dass man immer schaut, wo ist man mit den Kosten und wo kann man den Preis ansetzen. Und sich hier wahrscheinlich auch die Tatenfakten nicht schönzurechnen, sondern lieber... Genau. Also oft haben wir halt bei der Entwicklung so das Thema, naja, lassen wir die Kosten einmal beiseite, schauen wir uns das später an. Aber im Endeffekt ist man dann doch mit dem Produkt am Markt und da sollte halt dann schlussendlich was bleiben, weil ja doch dann auch für die Weiterentwicklung, für den ganzen Vertrieb, Marketing halt dann noch Kosten anfallen und das sollte halt da berücksichtigt sein.